Kein Structure-Deck, kein Auswahl-Pack, kein Bonus-Pack, kein Bundle, kein Geheim-Pack, nur Legacy-Packs und ein Master-Pack, wenn wir Ranked gewinnen. Außerdem besteht unser Deck nur aus 6 Master-Packs. Das ist die Masochist-Challenge. Ja, Leute, und damit zurück zur Masochist-Challenge. Und wir sind in letzter Folge schon ziemlich gebrochen. Und ich weiß nicht, ob das jetzt nicht hier genauso enden wird. Wie gesagt, ich werde heute bei den Niederlagen auf jeden Fall ein bisschen mehr skippen, falls es zu Niederlagen kommen sollte, was natürlich niemals der Fall sein sollte. Guck mal, wir steigen sogar einen Rang auf. So krass sind wir hier. Wir fangen als zweites an, Gegner wieder komplett übertrieben. Hat alles, komplett Accessoires gekauft. Klar, der wird bestimmt nicht immer wie ein Full-Combo-Deck spielen. Von daher, ja, mal sehen auf jeden Fall, was wir so haben werden. Äh, unsere Hand ist so gesehen nicht mal komplett schlecht. Also für unser Deck, wenn wir das Beste aus unserem Deck zu bieten haben. Ähm. Ja, jetzt muss der Gegner noch ein schlechtes Deck spielen. Sonst haben wir wieder gar keine Chance. Und der Gegner spielt... Na? Das ist dein Ernst, jetzt? Es gibt... Unglaublich, ähm. Der freut sich jetzt in den Rang aufgestiegen. So, nächstes Spiel. Wird lustig heute. Also ich bin... Super gute Stimmung. Ich steige den Rang auf. Komm, bitte. Der nur Hase. Der nur Hase und Dings. Ja. Wir lassen ihn anfangen. So, komm. Bitte, 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 bitte. Ja. Brille auf. Bitte, bitte. Oh mein Gott, wir spielen drei Karten. Der nur 13. Wir haben eine Chance. Wir haben eine Chance. Solange dein Bruder immer kontrolliert ist, kann er nicht jetzt englisieren. Pott! Ach, Diggi. Nicht dein Ernst jetzt. Wir spielen fair. Hallo, ohne Treten. Ohne Treten. Geht für drei auch sehr wild. Er spielt drei Geki. Der spielt jetzt nicht Tritron oder Dings, äh, Brainleg. Das war's. Boah, da werde ich gleich einen Totenkopf-Krieger gegen mich haben. Super. Boah, da werde ich gleich einen Totenkopf-Krieger gegen mich haben. Und verloren nicht schön. Macht's was. Also. Voll. Egal. Rein ins nächste Spiel. Da freuen wir uns doch. Yeah. Wir steigen den Rang auf immer noch. Ne, der zweite. Ja, das wollen wir ja auch. Ey, was erwarte ich, ne? Wir können gar nicht besser ziehen. Also, wir haben halt nur Müll. Ja. 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 Okay, wir, wir, wir. Ja. Die Chance. Hier, komm. Nein. Nein. Kein Monster. Egal. Warte. Wir haben 1,7. Das muss reichen. Mehr können wir nicht aufbringen. Ah ja, fünf Themenkarten, die nix bringen, Alter. Wir haben Angst. Egal. Wir haben Angst. Aber wir haben auch eine Scale-Aktivung. Wir haben Angst. bitte 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 ist gut wir nur für okay er spielt irgendwas wildes das ist gut das gute ist gut hatte das ist sehr gut wir müssen ihn aus die beste karte im deck gezogen cracker ja kugel modus wirst du nie schaffen es ist halt nicht mal witzig ich dachte es gab es unglaublich ich krieg drei hat das rap das ist wieder in der lage wir können auch 1000 bürgen das korrekt na und konnte es connection davon angreifen unsere beste karte ja ich brauche nicht weiterspielen warum er hat kein götterschleim ist unglaublich so und wieder verlorin mich macht das spaß rein da als nächstes spiel kein erbarmen hier es soll ja nicht immer ums gewinnen gehen es soll ja auch um spaß gehen ne dementsprechend jetzt hier guck mal das ist doch ne chance hier der hat auch keine accessoires gekauft so wie wir das wird jetzt toll hier das wird jetzt ein schrott deck so wie wir komm bitte also technisch gesehen ist es eine gute hand weil wir spielbare karten haben tk technisch lässt das noch leider sehr zu wünschen übrig okay komm erster schaden für uns das erste mal dass wir hier angreifen können da muss ja kein empfänger boom battle phase eingriff oh mein gott oh mein gott leute die freude kommt nie ja war auch noch ewig aber ist egal der passt er spielt irgendeinen brickhaufen komm wir müssen jetzt irgendwie atk ziehen atk ziehen so oder nicht warte mal ein nicht empfänger synchromonster willst du mich eigentlich verarschen ja dann halt so er lässt mich gewinnen er lässt mich gewinnen drei ex-monster ja klar kann ich nichts rufen nein der passt aber es bringt uns halt nichts er lässt es euch gewinnen glaube ich 14k monster so traurig ist egal es ist uns geschenkt im win das ist mir so egal wer ist auch lieb vielleicht sieht er das für eine challenge machen wer denkt er sich ey die spielende challenge warum hat sie keine guten stats er gibt ab nein es reicht nicht er schenkt uns wirklich den win es reicht nicht es reicht er ist da win geschenkt oder nicht ist mir egal angriff ich weiß gar nicht wie ich opfern könnte angriff angriff erster win der uns zwar geschenkt wurde aber ist mir komplett egal so nach 13 niederlagen kommt der erste win ein easy 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 weil die stimmung ist schon viel besser wir sind bronze sovier ich weiß nicht ob das jetzt das gutes ist aber wir haben ein legacy pack ok leute 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 geil denn diese wexten geil denn diese wexten ja also das war scheiße da brauchen wir gar nichts reinpacken aber wir haben natürlich jetzt noch den luxus hier ein master pack zu haben und haben gewonnen ja 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 was kann die ey die sind wirklich keine schlechten karten wir haben generisch ok 2 finstern das monster wenn die sie gerade aktivieren dann kann sie ein sterrenritter ok wieder thema eigene karte das gut wenn ich dann normal verschwommen wir können wir haben karten ein generischer level kann man schon ja gut egal egal wir haben generische karten und wir haben eine generische equip ja unser deck wird so viel besser guck mal so viel motivation bekommt man hier nach einem win der uns geschenkt wurde aber ist egal der zählt der gegner hat so viel mitleid mit uns so das packen wir rein alles was spielbar ist äh der ist tuner 1 6 nehmen wir rein was kann er flip du kannst 2 kronomen frittow fehlen minus falls sie es auf den kanal kontrollierst du willst du den kanal effekt als gehst du verlässt ok minus bringt alles nix gute werte nein äh der ist nicht mal tuner bringt uns also nix rein rein equip rein rein ich habe wirklich kein monster wirf einen monster aus deiner hand auf den friedhof gib einer deiner monster das in diesem spiel zugegeben als er gibt es ein körper zu stört und auf den friedhof gelegt wurde ähm ihn besser als irgendwelche karten die gar nichts können sowas wie das äh das das so unser deck ist um länge besser geworden so gut bin so motiviert erster win jetzt kann uns nix mehr aufhalten außer ich jedes x-minimium funktionierendes deck wie er hat es war wieder ein blue eyes deck riech ich doch ja zweites ist doch ein blue eyes deck wir haben beat stick wir haben ein beat stick wenn allein so wenn searcher kommen ne dann zeigt das schon einfach was für ein deck die spielen ja gut ich trage ein niederlage ja das war's das war's ab zum nächsten so kommt bitte spiel kein sprite bitte spiel kein sprite bitte spiel kein sprite bitte kein spiel kein sprite kein sprite kein sprite unsere beste spiel gezogen kein sprite kein sprite kein sprite kein sprite kein sprite und warum spiel ich den eigentlich der ist auch ziemlich wack warum spiel ich den gut unser gegner hat so ne krasse kombo dass er da erstmal überlegen muss was er sagt nächstes mal sehr nett von ihm ja boah der 1-5 ey komplette kampfmaschine einfach was ist das was ist das oh mein gott was spielt der ja komm pass einfach ey es hat noch niemanden geschadet einfach zu passen sag ich wie es ist ja pass halt jetzt das schadet ja auch nicht bitte ey wir haben unsere kranke kombo wenn der gegner die nicht aufhalten kann dann haben wir gewonnen ja pass oh wir haben eine chance wir haben eine chance wir haben eine chance wir haben eine geringe aber wir haben eine chance ja er wird denken wir spielen schicksals äh keine ahnung ich aktiviere schicksals oh mein gott ich bin schicksals oh mein gott oh mein gott muss ja mal lesen ne geben wir den zug ab ich meine selbst wenn du gewinnen könntest es wäre doch einfach nett wenn du mich auch gewinnen lassen würdest also wirklich das wäre wirklich sehr sehr nett hätte ich gar kein problem mit ich würde dich auch nicht verurteilen ich würde sagen dass du ein guter spieler bist und ähm alles wäre gut so wir wären freunde ja genau setz noch eine karte gib deinen zug ab tu so als könntest du nichts machen Degger Raigeki brecher warum hast du so Bastard cards ich bin komplett geopst beste kombo ich kann meine kombo nie ausspielen ich habe mich von monster zum ausspielen kann ich müssen noch müssen komm 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 cool zum blöffen hier wir blöffen jetzt so was gutes an ey wir haben hier die schwert axt wollen sie denn gehen und wir können ihre kampf zu erinnern das ist voll gut 500 wenn wir jetzt ein 17 mal direkt 22 das ist strong ja normal summon ziehen hast du das ein trugmonster ha 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 nein keine normal summon ziehen egal wir brauchen auch kein monster ziehen geh einfach ab nein das ist so leben on limit ich muss wirklich ich glaube ich muss ja ich muss immer jedes schrottmonster rein nehmen um die bricks auszutauschen jede normal summon ist besser als ein kompletter brick nein nein das monster nein ein brick ja wir sind wir sind ich habe angst dass er irgendwie weiß nicht irgendwas macht das meine hand kann gekauft werden ich bin doch tendenziell mehr monster als sauer und feinkarten oder wir ziehen ja monster wir können sie nicht ausspielen wenn wir die mal rufen können ist eigentlich voll strong kann es eine karte abwerfen die zwei karten hat der 1 16 geht es die karte schon schlecht schenken hat er kein gutes monster es lag da oh mein gott die soll gut eigentlich gut so mein lieber spüre meine power und jetzt jetzt rein da rein da die not der stampfungs power auch wenn das der falsche stampft die nur ist aber wir haben einfach 2 4 fast fast meter er spielt auch irgendwas nicht funktioniert kannst du mir erzählen dass der was spielt er es sieht schon aus als er später zweimal den anscheinend nein nein du es nicht macht der okay die kann surgen krass er kann surgen warum da ist doch nur jemand da um mich zu trollen for real wer spielt solche karten man soll nicht sein ernst der schön wie kein dino der stufe 1 stehen und diese stufe 2 was hat er gemacht ein anfänger der gebaut was ist das was er da mal krass es mashing und regegebrecher ist so lächerlich einfach ne toll super cool meine man hat er gleich wieder 1 1 also ist ganz gut bis zur standby phase und wieder schwach 1 1 1 ist jetzt nicht so gut ist nicht mal schlecht aber wie soll ich denn schneemann effekt man wenn ich keine monster ziehe ich auch was werden nichts hier kann ich kann sich heute ganz an der hand ein tipp dieser karte von friede verband und dann 1 1 2 3 halt ja ich bin das verstand hat er kann es war gut was bringt gar nichts amin 4000 soll nicht geben muss immer so sehen noch nicht game der nur 19 grundartikel gut ist natürlich stark nur drei lesungen und der 1 warum spielt der solche karten wo kriegt ist das ein starter deck ich weiß kann nicht ich weiß nicht ja anbringung extra ärgerlich hätte gerne was gehabt zum spielen ärgerlich wir lassen uns jetzt hier besiegen mit der hoffnung dass wir eine belohnung kriegen vielleicht ein legacy pack oder so ah so close es war eine chance dass wir da gewinnen es war eine chance da also man sieht es ist möglich in der theorie so let's flex da auch noch er hat auch ein zusammengewürfeltes deck aber ein viel besseres oh no schon ey kein sprite vollkommen wo ich bin happy ich bin vollkommen happy kriegen ja noch hier ein paar erfahrungen kein legacy pack natürlich warum auch so wir ändern jetzt hier nochmal das deck um äh denn in der theorie wenn man jetzt hier mal deckbearbeiten geht ähm wir haben nämlich ein logik fehler von mir drin also das ist ganzes wort zu karten die zählen nicht äh und zwar hier sowas ähm ist ein monster mit 1 1 macht gar nichts macht auch gar nichts macht auch nichts aber nichts ist besser als ein blue ice in der hand zu haben als eine nutzlose karte zu haben als ähm nutzlose karte zu haben ähm also deswegen lieber jegliches monster rein was geht als nutzlose karten im deck also ne monster setten ist dann besser als gar nichts machen so und jetzt mit diesem viel besseren deck gehen wir hier rein 27. Duell ist am start ich mein die stellung läuft ja perfekt ich meine wir sind schon bald äh silber so gut sind wir play them der hat schon wieder made uns wohl können wir schon wieder aufgeben eigentlich irgendwie müssen wir ja hier der hundeschule ist auch noch nutzlos stimmt ja oooohh wir haben hier unsere zwei besten karten hier im deck bitte niemand würde ja genau das wer hat er keine combo ah die sucht ja so nächstes Duell schönes Ding kein Problem rabbit wird nur wenn man schwindelig hier weiter geht's ich sehe da auch gar kein Problem hier bisher super super der hat auch schon made gekauft und so so rabbit bereit für die niederlage ich bin es hoffentlich auch man muss auch mal lernen zu verlieren oha oha supertrap gezogen er fängt mit horus an horus ne kannst du nicht jetzt überhaupt überlegen muss er lässt mich first gehen cool cool ich habe ja jetzt ich habe das ist wirklich nicht schlecht mit den equips und so Wir können beide an sie equippen. Hat sie auf jeden Fall schon mal 1,6. Mit der hätte sie dann sogar 1,8. Unglaublich erfängt. Ist schon stark. Ja, der Blue Eyes da, der Deck. Egal. Noch gehen wir nicht auf. Warte. Protect der auch? Sondern du einen Bläugenmeister kontrollierst? Okay. Nee, der Protected nicht. Du kannst nur andere Stile wählen. Diktator. Der Drachen. Alles klar. Okay. Also ich bin noch nicht hoffnungslos. Wir können jetzt eine teuflische Kralle zum Einsatz bringen. Ja gut, wir haben verloren. Was mache ich mir eigentlich für Hoffnung? Aber es ist ein Bronze. Der den. Den gab es letztes Jahr. Hat er jetzt ein Jahr lang nicht gespielt oder was? Man greift auch meine Stärkere an. Er hat wesentlich schwer in der Saison greifen können. Ach komm, ey. Egal. Kriegen wir es noch hin. Ja, cool. Häää? Häää? Ja, das war es dann komplett. Ich glaube, ich kann das equipmenten. So, nämlich. So ein Ding ist das nämlich. Ach, er kriegt den. Lesen Sie Ihre Karten. Dann sage ich dazu. Lesen Sie Ihre Karten. Ah, schön. Schön, schön, schön. Doch, ja, ja. Gefällt mir doch. Hypnose. Hypnose. Keine Antwort. Hättest du ruhig als Win gelten lassen können. Da hätte ich nichts gegen gehabt tun. Cool. Gegen Ninja. Äh, ist mal noch gar keinen Bock hier. Ich fühle gut, dass wir als Zweiter gehen, weil dann wissen wir immer, was er spielt und ob sich Stone überhaupt zu spielen. So, was haben wir denn hier? Schönes. Eine komplett spielbare Hand. Das gefällt mir. Wir haben dann einmal so ein Verständnis von der Wien. Das sind Gene kontrolliert. LOL. Was hat er denn? LOL. Okay, jetzt müssen wir spielen. Nein, Crackern. Wir Crackern hier nicht rum. Crackern hier rum. Cracker. Ah, Battleface. 1,7 Schaden. Darfst du was suchen? Das ist richtig. Aber, 1,7 Schaden. Da bin ich schon den Sieg näher als manche andere Duelle. Das sieht jetzt erstmal noch ein Bricker aus. Also. Muss ich mal aktivieren. Krass. So Pflichteffekte, oder? Schön. Das ist ja immer triggert. Er hat sich in keinem Normal Summon geholt. Was ich mich jetzt sehr wundere. Der Frank. Achso, ja gut. Da brauchen wir natürlich auch keine Normalbeschreibung. Schön doch. Ja, macht mir Spaß auch mit dir zu spielen. Nein, du musst dir nicht trauen anzugreifen. Hättest auch warten können. Schwierig an dieser Stelle. Schwierig an dieser Stelle jetzt. Das geht nicht so schlecht. Cool. Eine Reddice-Karte. Convert useless wieder. Aber jetzt noch mal machen wir das. Das. Da bist du. Ja, also ich bin auch gar kein Level 1, oder? Ich glaube, wir haben gar kein Level 1. Wir haben generisch Synchro 5, ne? Du kannst deine Karte in der Spielweltzone wählen. Zerstöre sie damit schon. Ja gut, jetzt hat er einen 2er-2er. Okay, der kann zwei Monster holen, falls er das Spielfeld verlässt. Aber noch ist das ja keine Niederlage. Das wäre auch nicht das... Geil. Warum hat Zombie-Meister eigentlich 1,8? Kann mir das mal jemandem verraten? Und andersrum. Warum Cracker nicht einfach 1,9? Das sieht nicht gut aus. Okay, krass. Ich habe nicht mehr Angst vor 2.000 Defense. Frech. Einfach frech. Oh, der hat 1,6 Defense. Hö, hö. Dem Dots. Wenn du mit 1,5 angereist, wirst du erstmal hier Schaden erleiden. Ah, ich sage es ungern, ne? Aber es sieht schon sehr schlecht aus für mich hier. Oh, oder wir können unseren Combo aktivieren. Nimm das. Selber schuld. Wer gierig ist, selber schuld. Er hat 3 Monster wie keine. Ich meine, wie sollen wir es gewinnen? Oh, Maschine. Sag nicht, das Maschine. Das Maschine. Kombo. Du, 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 du. Das ist einfach so ein Can-Ding. Wuuu. Boom. Ey, wir müssen doch hierfür Belohnung kriegen. Wir machen hier ordentlich Rambazamba. Wir spielen hier richtig. Ja, natürlich. Ein richtiges Duell. Also, I mean, viel stärkere Karten als ich. Ja, aber wir haben ein Duell. Also, wir legen Karten hin und her. Kann man jetzt wohl tolerieren mal. Dafür will ich ein Legacy-Pack haben, ja? Schön. Da habe ich eine Kombo mal. Nimm den mir auch komplett weg. Seid ihr hat Baronen oder so? Battleface. Stark. Ich weiß nicht, ob das Worth war die jetzt schon zu rufen. Kascha. Kascha. Naja, egal. Okay, keine Baronen. So, wir sind ja happy. Ja, das ist jetzt komplett mit der Niederlage. Ja, das ist halt jetzt komplett vorbei, ne? Da ist jetzt komplett vorbei. Ja, viel mehr Schaden gewesen ist vor so angenommen. Oha, verschiedene Saurier. Wir aktivieren jetzt alle Effekte, die wir können. Für die Belohnung. Ja, mach halt. Für die Belohnung. Alles für die Belohnung. Wer merkt, wie denn das hier noch? Denkt er, oh mein Gott, jetzt noch eine Amazonische Fusion. Synchroßes Lösung. Battleface. Ey, komm. Spiel. Toleriere das. Wir haben ihn auf 3, 4 runtergebracht. Ermini, ja, wir haben keine Chance gehabt. Aber wir haben ihn auf 3, 4 runtergebracht. Spiel. 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 Bitte. Bitte. Was? Du kannst einer verwandeln von Zombiemanns ansetzen? Ja, jo. Echt? War krass. Zombie-Wiedergeburt. Von Artwork. Also wirklich, 10 von 10 ist Artwork. Artwork ist krass. Cool. Ja, da liegt jetzt schon ein Game auf dem Board. Ne, doch nicht. Ups, haben sie es gesagt. Das reicht doch nicht. Entschuldigung. 100 zu wenig. Sie könnten jetzt in die Battleface gehen. Ah ne, erst Synchro, dann Battleface. Irgendwas Starkes. Ja. Das reicht. Das ist 3, 4. Guck mal, mein Junge. Battleface. Ja, okay. Von mir aus auch noch der... Digi. Falls ihr aufgefallen ist, ich spiele einen Haufen. Da ist nichts, was funktioniert. Okay, krass. So, Battleface. Ich will meine Belohnung. Ich habe sie so verdient. Ja, komm. Gib mir die Belohnung. Angriff. Angriff. Vollkommen okay. Angriff. Vollkommen okay. Angriff. Vollkommen okay. So. Und... Der Kampf passt hart. Wir haben gut gespielt. Ich hasse das Spiel einfach. Ich hasse es. Ich hasse es. Ah, Leute. Aber was soll ich sagen. Ey, 10 Duell heute wieder. Ich bin... Ja. Ich habe natürlich voll Bock. Dementsprechend wünsche ich euch jetzt natürlich einen wunderschönen Tag. Und wie immer. Viel Spaß beim Duellien. Und mach das nicht nach. Es ist frustrierend.